hier der stoff mit der nummer 1424 ein duett verdunklungsstoff ja nicht direkt orange aber in zumindest passt es so in diese farbrichtung wir haben das genannte lax orange so ist es immer wieder mit den farbbezeichnungen nicht ganz so einfach so sieht es dann auf einer weißen karte aus hier sieht man den wabenstoff mit dem aluminium bedampften waben und die rückseite in weiß